Kultur ist Kommunikation. Wir kommunizieren immer. Freilich mit einer Maske ist es bedeutend schwieriger. Trotzdem hat die Kulturszene, die Kunstszene bewiesen, wie schnell wir diesen Herausforderungen und Stellen mutig, überlegt, auch sehr kritisch wir Dinge hinterfragen. In der Kunst in Salzburg, in Österreich darüber hinaus und auch im Literaturhaus haben wir sehr schnell Formate erfunden, uns überlegt, wie wir weiterhin kommunizieren können, unsere Aktivitäten, unsere Lesungen, unsere Kulturvermittlung machen können. Und ich glaube, das ist vielerorts sehr gelungen. So haben wir mit 75 Online-Lesungen, live lesen haben wir das genannt, 170.000 Menschen nicht nur erreicht, sondern es wurde tatsächlich so oft aufgerufen und darüber haben wir uns sehr gefreut. Trotzdem muss man sagen, es ersetzt ein Online-Format nicht die reale Begegnung. Das ist wie im Leben. Denn ein Online-Date ist ganz etwas anderes, einem Menschen wirklich zu begegnen. Und daher sind wir natürlich jetzt in der Kunst sehr froh, dass es wieder möglich ist, wenn auch mit Abstandsregeln, mit vielen Bestimmungen, dass wir wieder unsere Arbeit aufnehmen konnten und das tun, was wir am besten können. Nämlich Kunst zu vermitteln, Literatur zu vermitteln und Menschen zu treffen. Diese Krise, das haben schon viele gesagt, eine große Herausforderung. Ich wiederhole es. Diese Krise ist vielleicht aber auch eine Chance, dass Menschen wieder erkennen, was denen wichtig ist. Und so haben wir bemerkt zum Beispiel, wie hungrig die Leute sind, wieder Kunst erleben zu können. Ins Theater zu gehen, ins China zu gehen, Musik zu erleben oder auch Literatur. Ich hoffe, dass wir alle auch aus dieser Krise etwas lernen und nicht nur in eine Depression verfallen und müde werden. Denn ältere Menschen fühlen sich gesundheitlich bedroht. Junge Menschen bricht vielleicht eine Zukunftsperspektive weg. Die Kunst kann das nicht heilen, aber wir können diese richtigen Fragen stellen und Antworten suchen. Hoffentlich gemeinsam mit unserem Publikum, mit Filmen, mit Büchern, mit Musik, mit Bildender Kunst. Ich lade alle dazu ein. Bleiben Sie gesund und politisch.